Ich möchte euch nun zeigen, wie man mithilfe des folgenden Kriteriums die Unstetigkeit einer konkreten Funktion beweisen kann. Wir machen das hier am Beispiel der topologischen Sinusfunktion. Hierzu nehmen wir folgende Aufgabe. Beweise die Unstetigkeit der Funktion f von R nach R, die f von x auf Sinus 1 durch x abbildet, solange x ungleich 0 ist, und an der Stelle x gleich 0 besitzt unsere Funktion den Funktionswert 0. Zunächst einmal müssen wir uns überlegen, wo überhaupt unsere Funktion unstetig sein kann. Nämlich, um die Unstetigkeit einer Funktion zu beweisen, müssen wir zeigen, dass es mindestens eine Unstetigkeitsstelle gibt. Wir sehen, dass für x ungleich 0 ist unsere Funktion gleich Sinus von 1 durch x. Sinus von 1 durch x ist eine Komposition von zwei Funktionen. Einmal von der Sinusfunktion und einmal von der Funktion, die x auf 1 durch x abbildet. Diese beiden Funktionen sind stetig, also muss auch ihre Komposition stetig sein. Dementsprechend ist die Funktion an allen Stellen x ungleich 0 stetig. Das heißt, die einzige Stelle, wo unsere Funktion jetzt noch unstetig sein kann, ist bei x gleich 0. Überlegen wir uns, warum dies der Fall ist. Du siehst hier den Graphen der Funktion. Es ist eine Funktion, die in jeder Umgebung um die 0 beliebig oft zwischen minus 1 und 1 oszilliert. Und zusätzlich haben wir ja definiert, und das zeichne ich hier nochmal extra ein, dass f von 0 gleich 0 ist. Das heißt, wir haben hier an der Stelle x gleich 0 den konkreten Funktionswert 0. Warum ist die Funktion dort unstetig? Nun ja, nach der ersten naiven Intuition der Unstetigkeit bedeutet es, dass unsere Funktion dort einen Sprung besitzen würde. Zumindest hier an dem konkreten Beispiel fällt uns diese Intuition schwer nachzuvollziehen. Es ist nicht wirklich klar, ob unsere Funktion an dieser Stelle einen Sprung besitzt oder nicht. Es ist zumindest nicht ganz eindeutig. Also müssen wir wirklich auf die formale Definition der Stetigkeit zurückgreifen. Selbst weil unsere Intuition hier einfach nicht ausreicht, um eine Aussage darüber zu treffen, ob die Funktion hier unstetig ist oder nicht. Die formale Definition der Stetigkeit kann ja über das vollen Kriterium definiert werden, welches besagt, dass man den Limes in die Funktion hineinziehen kann. Wenn wir das vollen Kriterium für Unstetigkeit definieren und wir machen das hier gleich direkt am konkreten Beispiel der Unstetigkeit an der Stelle x gleich 0, dann würde es bedeuten, dass es mindestens eine Folge gibt, xn, welche gegen 0 konvergiert. Das heißt, wir haben eine gegen 0 konvergierte Argumentenfolge, sodass die dazugehörige Folge von Funktionswerten f von xn nicht gegen f von 0 konvergiert. Sprich, wir wissen ja schon, was f von 0 ist. f von xn darf nicht gegen 0 konvergieren. Nun ist es so, dass unsere Funktion in jeder noch so kleinen Umgebung um die 0 jeden Wert von minus 1 bis 1 mindestens einmal annimmt. Sprich, wenn wir uns die Menge aller Funktionswerte anschauen, die in einer kleinen Umgebung um die 0 angenommen werden, dann wird diese Menge an Funktionswerten nicht kleiner und schränkt sich nicht gegen 0 ein. Und deswegen kann unsere Funktion hier auch nicht stetig sein. Überlegen wir uns, wie eine solche Argumentenfolge, die wir hier suchen müssen, aussehen kann. Eine Möglichkeit ist, dass wir hier diese Extremer nehmen. Wir wissen ja, in jeder Umgebung um die 0 wird mindestens einmal der Funktionswert 1 angenommen. Das heißt, wenn wir uns diese Funktionswerte oder die dazugehörigen Argumente nehmen, überall dort, wo der Funktionswert gleich 1 ist, dann können wir so eine Argumentenfolge bilden, die immer näher gegen die 0 geht, aber wo der Funktionswert immer konstant 1 ist. Also um das hier konkret zu machen, wir können als erstes Funktionswert die Stelle hier nehmen. Dann haben wir diesen Punkt hier als x1. Hier nehmen wir den nächsten Funktionswert, dort wo die Funktion wieder gleich 1 ist. Dann landen wir hier bei dem Argument und so weiter. Wir können so eine Argumentenfolge bilden, die gegen 0 konvergiert, aber die dazugehörige Folge der Funktionswerte ist konstant 1 und dementsprechend würde f von xn hier gegen 1 konvergieren, was nicht 0 ist. Gut, damit haben wir schon mal intuitiv gesehen, dass unsere Funktion an der Stelle f von 0 gleich 0 unstetig ist. Überlegen wir uns nun, wie diese Argumentenfolge konkret aussieht. Dazu öffnen wir hier ein Schmierblatt und schauen uns mal an, wie die Argumente sind, wo unsere Funktion gleich 1 ist. Also wir wollen uns anschauen, an welchen Stellen x ist f von x gleich 1. Und aus diesen Argumenten können wir dann unsere Argumentenfolge bilden. Gut, wir können uns nun zumindest überlegen, f von 0 ist 0, das heißt x kann nicht 0 sein. Damit diese Gleichung hier erfüllt ist, muss x ungleich 0 sein. Und dort hat ja f die Form sin von 1 durch x. Und so erhalten wir die neue Gleichung sin von 1 durch x ist gleich 1. Und jetzt überlegen wir uns, okay, an welchen Stellen ist die Sinusfunktion gleich 1? Machen wir dazu ein kurzes Diagramm. Wir wissen, dass die Sinusfunktion an 0 Punkt beginnt, dann erst steigt bis zu 1, dann runter geht und dann quasi hier eine neue Periode beginnt. So, das Gleiche haben wir hier. Ein Argument, wo unsere Funktion gleich 1 ist, liegt hier. So, was ist diese Zahl? Wir wissen, die Periode vom Sinus ist 2pi. Wenn wir das Ganze halbieren, dann kommen wir hier bei pi. Wenn wir es wieder halbieren, haben wir hier pi Viertel. Dementsprechend wissen wir, also Sinus von pi Viertel ist 1. Der nächste Punkt ist, wenn wir hier eine volle Periode weiter nach rechts gehen. Sprich, wenn wir hier an der Stelle plus 2pi haben, landen wir dann hier und haben das nächste Argument, wo der Sinus gleich 1 ist. Sprich, wenn wir auf pi Viertel 2pi addieren, landen wir wieder bei 1. Und das Ganze können wir hier fortfahren. Wir können hier also wieder plus 2pi machen und so weiter und erhalten dann alle positiven Argumente, wo der Sinus gleich 1 ist. Gleichwohl können wir auch hier ins Negative gehen. Wir können auch 2pi abziehen und erhalten so auch weitere Argumente, wo unsere Funktion, also wo die Sinusfunktion gleich 1 ist. Gut, schauen wir uns an, wie wir all diese unendlich vielen Argumente irgendwie zusammenschreiben können. Wir sehen hier, dass wir pi Viertel haben und auf pi Viertel wird irgendein Vielfaches von 2pi draufaddiert. Wobei ein Vielfaches in diesem Kontext so aufzufassen ist, dass wir 2pi mit einer beliebigen ganzen Zahl multiplizieren können. Wir können auch ins Negative gehen, sprich, dieses k kann auch eine negative ganze Zahl sein. Und das ist die Form der Argumente, wobei jetzt k Element z ist, wo unsere Funktion, wo unsere Sinusfunktion gleich 1 ist. Gut, schreiben wir das mal hier auf. Also Sinus von 1 durch x muss gleich 1 sein. Dementsprechend muss 1 durch x von der Form sein, also pi Viertel plus 2pi k, wobei k eine ganze Zahl ist. Das Ganze können wir nun umstellen nach x. Wir erhalten x ist gleich 1 durch pi Viertel plus 2pi k und k ist wiederum eine ganze Zahl. Gut, somit haben wir all die Argumente gefunden. Wo unsere topologische Sinusfunktion den Funktionswert 1 hat. Und jetzt müssen wir aus diesen Argumenten eine Folge bilden, die gegen 0 konvergiert. Und ein Ansatz ist, dass wir hier dieses k ersetzen durch eine natürliche Zahl, durch den Index der Folge und sagen, okay, xn ist 1 durch pi. na, schreiben wir es einfach hier hin. xn ist 1 durch pi Viertel plus 2 pi n. Das ist eine Argumentenfolge. Wir sehen, sie ist definiert durch den Kehrwert einer Folge, die für n gegen unendlich auch gegen unendlich konvergiert. Das heißt, insgesamt konvergiert diese Folge gegen 0. Perfekt. Die Funktionswerte der einzelnen Folgenglieder, also f von xn muss immer 1 sein, denn diese Folgenglieder hier stammen aus diesen Argumenten, sodass f von x gleich 1 ist. Und damit sehen wir, xn konvergiert gegen 0, f von xn konvergiert gegen 1, aber 1 ist nicht 0, was f von 0 ist. Also sprich, f von xn konvergiert nicht gegen f von 0. Perfekt. Super. Damit haben wir jetzt alle Rezepte, um den Beweis konkret zu führen. Das, was ich hier natürlich aufgeschrieben habe, ist ziemlich hingeschmiert und wir müssen das Ganze auch nochmal formal sauber aufschreiben. Also nehmen wir uns nun ein neues Blatt und schreiben den richtigen formalen Beweis hin. Zunächst einmal müssen wir uns all die Objekte definieren, die wir für den Beweis brauchen. Da ist zunächst einmal die topologische Sinusfunktion selbst. Also definieren wir diese uns. Das ist f von r nach r mit f von x gleich Sinus 1 durch x für x ungleich 0. Und jetzt müssen wir noch definieren, was f von 0 ist. Und das soll gleich 0 sein. Und damit haben wir unsere Funktion f sauber definiert. Als nächstes brauchen wir die Argumentenfunktion. Wir müssen ja zeigen, dass es eine Argumentenfolge gibt, die gegen 0 konvergiert, aber deren Folge der Funktionswerten nicht gegen 0 konvergiert. Und dementsprechend definieren wir uns diese Argumentenfolge. Also sei xn, n ist Element der natürlichen Zahlen, mit xn ist gleich 1 durch. Schauen wir uns mal an. Das war Pi Viertel plus 2pi n. Pi Viertel plus 2pi n. So, gehen wir zurück auf den Schmierblatt. Und wir haben gesehen, dass das hier die einzelnen Schritte sind, die wir brauchen. Wir müssen beweisen, dass xn gegen 0 konvergiert. Und wir müssen beweisen, dass f von xn nicht gegen f von 0 konvergiert. Machen wir dies also schrittweise. Es ist, fangen wir an mit den Dimes, n gegen endlich xn. Slim ist n gegen endlich 1 durch Pi Viertel plus 2pi n. Machen wir es vielleicht so. Zeigen wir hier, okay, der Nenner konvergiert für n gegen endlich gegen unendlich. Dementsprechend müssen die Kehrwerte von diesem Ausdruck insgesamt gegen 0 konvergieren. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch den Limes, n gegen und endlich von f von xn. Gut, wir wissen, xn ist ungleich 0. Das heißt, wir können die Fallunterscheidung von f von xn auslösen. Insgesamt haben wir hier Sinus von 1 durch... Wir haben ja Sinus von 1 durch xn. Setzen wir gleich ein, was... plus 2pi n... was xn ist. Dann haben wir hier einen Doppelbruch in den Sinus drin zu stehen. Diesen können wir auflösen. Auflösen. N gegen und endlich Sinus von Pi Viertel plus 2pi n. Perfekt. Hier kommt immer 1 raus. Das ist ja genau das, was wir uns hier überlegt haben auf dem Schmierpapier. Wir haben ja die Argumenten genau so definiert, dass hier immer 1 rauskommt. Kann man sagen, das hier ist immer 1. Also ist dann auch der Limes gleich 1. Also ist... Wir wissen, dass... Schreiben wir nochmal konkret auf, was die letzte Zeile bedeutet, warum diese wichtig ist. Denn wir müssen ja hier zeigen, dass f von xn nicht gegen f von 0 konvergiert. Also Limes n gegen endlich. f von xn ist 1. Das ist nicht 0. Was f von 0 ist. Perfekt. Ähm... Und nun haben wir ja eine Argumentenfolge gefunden, die gegen 0 konvergiert, aber deren dazugehörige Folge von Funktionswerten nicht gegen f von 0 konvergiert. Und nach dem vollen Kriterium ist damit unsere Funktion f an der Stelle x gleich 0. und stetig ist f an der Stelle x gleich 0. Und stetig ist f an der Stelle x gleich 0. und stetig ist auch insgesamt und stetig ist. Und das ist ja das, was wir beweisen wollen. Deswegen würde ich hier noch weiter formulieren. Und damit ist f und stetig. So, perfekt. Wir haben also einen Beweis gefunden, warum die topologische Sinusfunktion unstetig ist. Um das Ganze zusammenzufassen, wie sind wir vorgegangen? Zunächst einmal haben wir uns überlegt, was es bedeutet, nach dem vollen Kriterium unstetig zu sein. Man muss halt eine Argumentenfolge finden, die gegen die Unstetigkeitsstelle konvergiert, deren dazugehörige Folge der Funktionswerte, aber nicht gegen den Funktionswert der Unstetigkeitsstelle konvergiert. Wir haben uns am Hand des Graphen überlegt, okay, wie können wir hier vorgehen? Das ist so ein Schritt, der durchaus sehr individuell ist. Wenn wir eine andere Funktion hätten, dann hätten wir eine andere Argumentenfolge gefunden. Wir hätten anders argumentiert. Hier haben wir ausgenutzt, dass unsere Funktion so gemacht ist, dass sie in jeder Umgebung um die 0 jeden Wert zwischen minus 1 und 1 mindestens einmal annimmt. Dann haben wir uns einfach mal die 1er-Werte genommen. Man hätte genauso gut auch sagen können, okay, wir nehmen uns hier diese Werte, die gleich minus 1,5 sind und packen die irgendwie zusammen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Haben uns dann die dazugehörigen Argumente gesucht. Das heißt, wir haben diese Folge xn, weil darüber müssen wir ja sprechen, irgendwie auch wirklich definiert. Nachdem wir all diese Zutaten hatten für den Beweis, haben wir den Beweis formal sauber aufgeschrieben, wobei wir auch so vorgegangen sind, dass wir uns zunächst einmal die Objekte definiert haben, die wir gebraucht haben, danach gewiesen haben, dass diese Objekte genau die Eigenschaften erfüllen, die nach dem vollen Kriterium notwendig sind, damit wir die Unstetigkeit beweisen können. Nachdem wir dies gemacht haben, haben wir das Ganze zusammengefasst und haben gesagt, ja, unsere Funktion f ist wirklich nach dem vollen Kriterium unstetig.